Das war im Park, dass es so schimmert um ihn rum. Das fand ich schön. Und er guckt sehr niedlich. Er hat mich halt immer als Mutti gesehen. Wir haben immer in meiner Nähe und immer geguckt, wo ich bin. Und ganz close Bindung haben wir auch gehabt. Ja, und war halt auch immer da, wenn ich ihn gebraucht habe, auf jeden Fall. . . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017